Schönen Nachmittag zur Lesung mit Harfmusik. Wir sind leider nicht sehr gefüllt, aber wir freuen uns über euch alle, die hier gekommen sind. Ich lese euch jetzt vor, einfach zum Zuhören. Von meinen Gedichtern habe ich einen Drumstoß, die sind einfach zum Zuhören, für klein und für groß, weil da drin steckt kein Drehwort, alles ist Dialekt und keiner muss da nachdenken, ob ein Sinn drinnen steckt. Ich schreibe manches nieder, weil es mich gerade so gefreut und wenn ich dann Lust habe, erzähle ich es dir leicht. Ich möchte euch jetzt bitten, hört mir einfach zu. Wenn es euch gefällt, geht euch zu Poschen und wenn nicht, gebt ihr Ruhe.